Ja, hallo, hier sind die Nieder, deutschlandische Wunderer aus Südde. Ja, hallo, wir haben Ende März und ich bin heute bei extrem schlechten Wetter am Strand unterwegs. Die meisten von euch kennen es hier nur mit Sonnenschein und Temperatur um die Fahrt zu fahren. Und heute will ich einmal ein paar Impressionen zeigen, wie es hier ist und wie es hier richtig schlecht ist. Viel Spaß beim Zusehen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020